www.gesundheit-regional.de Wir sind das regionale Fachportal für Gesundheitsanbieter aus den verschiedenen Regionen. Die Regionen, die wir haben, sind Bamberg, Nürnberg, Bayreuth und Regensburg. Und wichtig ist für uns, dass wir die Gesundheitsanbieter in den einzelnen Regionen herausstellen. Wir sind der Meinung, es gibt in jeder Region Spezialisten und dafür ist unser Portal da. Im Augenblick sind wir gerade auf der Franken Aktiv & Vital hier in Bamberg und bieten weit über 100 Partnern die Möglichkeit, sich hier zu präsentieren anhand ihrer Flyer, Visitenkarten oder Prospekten. Ich lade Sie herzlich ein, hier auf der Messe oder direkt auf www.gesundheit-regional.de Schauen Sie vorbei, wir freuen uns auf Ihren Besuch. Viel Spaß. Wiederschauen. Schauen Sie vorbei, wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.